naja gut dann sei es erstmal so 21 haben wir schon was ist denn hier vorne los achso das ist alles klar ich habe jetzt schon gedacht hä da könnten wir doch eigentlich wenn wir gut sind noch hier mal ein paar bauernhörser bauen oder du hast das potenzial und ich weiß es zu nutzen was denn jetzt was willst du mir jetzt geben es ist nur ein kleiner gefallen was soll ich machen holen sie alter okay wir sollen da was abholen danke ich habe aber gar kein schiff gerade man verdammt ja ja ist mir gerade egal das können wir jetzt gerade nicht wenn ich jedes mal gestört werde kann ich schlecht so meiner arbeit nachgehen so jetzt haben wir 23 naja gut gucken wir mal noch zwei dann haben wir erstmal die kirche und dann brauchen wir immer noch hier brauchen wir 10 also noch mal 35 ja ach du scheiners meine versuche warum arbeiten die so lang so warte mal die macht in der hälfte den lehm ach so und da brauchst du aber eine stunde ja gut ja doch dann passt das auf eine so eine lehmgrube zwei so eine na dinge zwei ziegelein so gleich kann man die kirche bauen dann sind die da wieder zufrieden hoffe ich und eine blau pause ne mache ich nicht wir brauchen echt mehr ziegel damit wir langsam auch mal gepflasterte straßen bauen können wäre wahrscheinlich nicht ganz verkehrt so falscher ja genau falscher knopf so so jetzt habt ihr eine kirche wenn das hier unterdrückung ist dann gefällt es mir da seid ihr jetzt wenigstens mal zufrieden jetzt wollen sie dann irgendwann bier haben aber erst bei 500 also das dauert noch na gut jetzt wollen sie ja brot haben das ist ja gerade mein problem und brot können wir ja theoretisch nur hier machen weil wir müssten ja dann auf der neuen insel wenn wir das machen wir bräuchten ja überhaupt erst mal arbeiter egal wir müssen sowieso jetzt bevor wir überhaupt irgendwas anfangen wir müssen jetzt sehen wir brauchen mehr ziegel mal nö 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 tut mir leid nein möchte ich nicht so gut wir müssen also eine insel nehmen wo weizen und na gut hier haben wir weizen und hopfen ist aber echt weit hier ist ja der schon das heißt das bringt mir nix die insel sieht ja schön aus die hat aber wo ist kartoffeln und hopfen und die hier neben uns hätte weizen und kartoffeln schon wieder was uns nichts bringt wir müssten also hier unten die ist schon die ist ohne die aber die sieht so klein aus obwohl eigentlich unten die würde ich mir fast nehmen wollen da haben wir weizen und hopfen dann genau gut ja da brauchen wir zum beispiel mehr ziegel damit wir die salerei bauen können quatsch die nach den hafen dann brauchen wir noch die siegel das heißt wir brauchen jetzt 25 von den ziegel wer was für naja gut dann müssen wir eben wo um die die den besitzen jetzt daran aus das ist voll das ist voll das sieht eigentlich kann man eigentlich so anbieten würde ich jetzt fast so die brauchen was brauchten die als nächstes die kirche haben sind ja gut sonst brauchen sie erstmal nix ich glaube das kommt erst später wenn sie dann was neues haben wollen ja hier die schule wollen sie noch haben ok das würde ich bedeuten hier hinten würde ich das frei lassen falls die polizei wache auch noch 500 dann machen wir jetzt trotzdem hier noch mal weitere bauern also die haben alles gut die feuerware wird langsam enger der marktplatz geht noch und das bier geht auch noch weil wir wollen ja ein bisschen ja das habe ich auch so gesagt genau das war mein ja mein gedanke genau eine frische brise mit obwohl wir überlegen könnten wir haben ja hier oben so viel ausbauplatz zwecks unserer stadt könnte man eigentlich doch hier unten das nutzen und tun hier unten jetzt erst mal eins für uns arbeiten also wir werden dann doch noch mal hier noch eine schweine zu jetzt kann ich mich auch so drehen damit ich es wieder nicht verkacken Hacke. Ähm, ne, das war so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah. Ah. So hätte ich es machen müssen. Egal. So, das heißt, die brauche jetzt hier noch eine weitere Metzgerei. So. Gut, also da sollte jetzt theoretisch erstmal genug, hoffe ich, genug Schweinerei da sein. Hoffe ich. Ähm, Brot. Wir haben eine hohe Fruchtbarkeit, ne? Gut. Dann müssten wir ja. Ja. Eigentlich. Ähm. Da wir ja nicht genug Ziegel haben. Das dauert alles. Ähm. Wie machen wir es? Tun wir hier hinten noch eine Ziegelei bauen? Sinn würde es machen, ne? Ähm. Braucht. Wie viel Arbeiter brauchst du? 50. Oder wie jetzt? Ja. Gut. Naja, das macht nichts. Dann bauen wir hier unten nochmal ein paar Bauern aus. Um wieder genug Arbeitskraft zu haben. Um dann hier hinten die Lehmgrube bearbeiten zu können. Ähm. Der Wald ist zwar schön, aber irgendwie doch ein bisschen hinterlich. So. Weil dann können wir nämlich hier zwei von den Produktionen mit hinsetzen. Ähm. Wie rum nur? Wie rum nur? Wie rum nur? Ja, machen wir es so. Einmal dort eine hin. Einmal da eine hin. So. Ähm. Am Weg angebunden sind sie. Jetzt brauchen sie hier oben dann später noch ein Dingens. Das weiß ich. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Hier müssen wir jetzt mal, äh, irgendwie so ein bisschen ums Eck gehen. So. Dann ist die angeschlossen. Und jetzt braucht ihr noch ein Lager. Das ist mir schon irgendwie bewusst. Das Lagerhaus können wir aber eigentlich gleich hier her setzen. Weil. Das nützt. Äh, das lohnt sich. So. Die Ölquellen. Keine Ahnung. Hier hinten. Da können wir dann Bohrtürme bauen. Das ist ja alles. Das können wir ja eigentlich alles machen. Das ist ja nicht das Ding. So. Äh. Fehlen immer noch Bauern. Äh, äh, Arbeiter. Hier sind erst 13 drin. Achso. Die gehen nicht ganz hoch, ne? Stimmt. Weil denen jetzt Brot fehlt. Glaube ich. Oder brauchen die noch irgendwas, damit sie... Ja gut, Bier. Bier haben wir noch nicht. Ähm. Gut. Dann fangen wir hier unten mal an. Ähm. Da. Noch mal ausbauen, damit man... Okay. Den hatte ich ausgebaut. Das hab ich ganz vergessen. So. Der Nächster. Ja, ich weiß ja, was Brot haben. Ich bin ja schon... Ich bin ja schon auf dem... Ne? Ich... 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 Mach ja schon. Also... Ne? Chillt mal ein bisschen. Ich bin ja gerade dabei, euch, ähm... Alles für die Brotherstellung zu... Ermöglichen. Ich will jetzt bloß erst mal genug Ziegel haben, damit wir endlich auch mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Segel machen können. Beziehungsweise ein Schiff. Das wir dann später auch... Ähm... Weitergehen können. So. Das mit dem Holz scheint alles noch gut zu funktionieren. Fisch reicht auch aus. Ähm... Wir haben 16 davon. Und uns fehlen noch 14. Aber dann nochmal gucken. Ich bin ja mal gespannt, ob wir jetzt die 14 zusammen kriegen oder ob wir noch welche umwandeln müssten. Kann mal schauen. Spielstand gespeichert. Ja, genau. Spielstand gespeichert. So. Wenn wir jetzt überlegen. Hier könnte man noch eine hinbauen. Plus ein... Metzger. Da hätten wir ja eigentlich erst mal hoffentlich genug... Fleisch. Dann wäre jetzt die Frage... Setzen wir hier nochmal welche hin später? Was vielleicht sinnvoll wäre. Dann würde ich nämlich sagen, mach mal hier dann Weizen. Aber es fehlen noch Arbeiter. Ich sehe. Na gut, dann bitteschön. So, jetzt haben wir hier nochmal welche. Mal gucken, ob die vier jetzt auch noch dazu kommen oder ob wir da nochmal was tun müssen. Ja, zwölf. Also eigentlich... Jetzt sollten wir wieder genug haben. Genau. Jetzt haben wir nämlich sieben über. Da haben wir jetzt erstmal wieder den Bauern... den Bauernmangel beziehungsweise den Arbeitermangel behoben. So, jetzt haben wir 21. So, jetzt haben wir 21. So, wie viele Kästchen sind denn das jetzt, die ich da jetzt brauche? Boah, da müssen wir gerade mal... Und zwar, wenn ich jetzt sage, hier... Das sind vier. So, so erfällt sind, glaube ich, nochmal drei. Das sind sieben. Sieben, eine Straße sind acht. Acht. Und das Ding, 19, sind elf. Okay, also, machen wir jetzt die Straße bei elf. Äh, bei zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und zwölf. Gehen wir jetzt hier mit der Straße einmal lang. Da haben wir hier nochmal Platz für eventuell Produktion. Oder? Moment. Anders. Ich gehe noch einen weiter. Sicher, sicher. So, das heißt, wir haben jetzt hier oben... Achso, wir haben oben ja nicht mal noch ein Lagerhaus, ne? Also, das ist dort oben. Ich glaube, das wird nicht gehen. Äh, gut. Wir haben jetzt 28 Steine. Das könnten wir uns ja eigentlich leisten, den Hafen zu bauen. Rein aus der Theorie. Weil wir müssen ja dann für die Hopfenproduktion möchten wir uns ja eine Siedlung irgendwo erstellen später. Ähm, jetzt ist die Frage, wie viel brauchte die, die brauchte 25. Ach Gott, die braucht aber 100. Ach du Scheiße, die braucht ja 100 Arbeiter. Gut, okay, ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen warten. Äh, wie sieht's bei denen aus? Die braucht bloß 50. Haben wir auch nicht. Gut. Ähm, vergesst, was ich gesagt habe. Ähm, wir müssen hier erst mal ein bisschen unsere Arbeit aufstocken. Das geht ja so ja auch nicht. Da fehlt's uns ja, äh, generell gerade. Etwas. So. Zermarsch mal. Davon ein paar. Ich hoffe nur, dass jetzt uns... Nicht irgendwann eins von den Sachen, äh, um die Ohren fliegen, die uns fehlen. Aber noch sieht's gut aus. Noch sieht es gut aus. Schauen wir mal. 60 Arbeiter. Puh. Ja, wir werden ein paar mehr Arbeiter brauchen. Ähm. Zu deuchten, ja? 70. 80. So. 90. Und nochmal welche, sind wir bei 100. Ja, das war mir doch klar. Und jetzt kam nämlich auch, boop, die Bierproduktion dazu. Genau. Und so weit sind wir noch nicht mal. Ich meine, klar, ihr wollt jetzt Bier haben. Ja, ja, ja. Als Luxusgut. Aber, mh. Kann ich euch noch nicht geben. Ich will jetzt erst mal... Eigentlich wollte ich jetzt Brot anfangen. Schmeichern. Ja, gut. Wir machen jetzt erst mal wirklich die Brotproduktion. Die Frage ist nur, wie viel braucht man da dafür? Getreide macht in einer Minute arbeitet die. Ähm. Die tut der Hälfte. Okay. Und die auch, boop, ist wieder eine Minute. Also, pro... Achso. Ähm. Okay. Da bräuchten wir für eine, zwei von der und eine für die. Heilige Scheiße. Okay. Jetzt müssen wir aber gerade mal überhaupt gucken, wie waren das jetzt hier? Ich sehe gerade aus dem Pferder. Getreudefarm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, das war doch... War das 100... War das 100... Untertitelung. BR 2018 Ach du Scheiße. Ich kann 144 Felder haben. Ja Glückwunsch. Ja ja du hast kein Warenhaus. Das ist schon gut. Ach du Scheiße. Okay 144. Wow. Wow.